Aber das würde ich auf keinen Fall weglassen, weil das ist echt wundervoll. Jetzt kommen wir von Akadir, Rechnisch bis Dachla, was kalkulierst du? Alter, wie geht das denn? Wie bin ich da? Franz. Was? Deine Lampen ist runtergefallen. Ja. Ja, wir sind jetzt kurz vorm Hafen von Algarciras und werden um 16 Uhr circa übersetzt mit der Fähre. Wir haben leider beide ein wenig Kopfschmerzen. Eigentlich wahrscheinlich ist die Luft hier zu trocken. Ja, ansonsten sehen wir uns dann wieder. Oder ihr seht von uns, wenn wir drüben in Afrika sind. Bye, bye. Und nun auf der Fähre. In der Fähre. Ja. 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 Musik 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 Musik